Wetter-Video-Tagebuch Der Tag fing allerdings sehr schön an. Es war heute Morgen noch recht sonnig. Allerdings zogen dann auch sehr schnell Schleierwolken auf. Allerdings hatten wir heute Morgen auch den ersten Bodenfrost. Es war recht kalt. Die Autodächer und auch der Rasen war teilweise tatsächlich mit Raureif besetzt. Dann aber zogen wie gesagt schnell Wolken auf. Und diese Bewölkensart, die man hier sieht, das ist typisch für eine Warmfront. Es wird dann auch deutlich milder werden. Nächste Woche zunächst noch mit Regen. Aber es sieht im Moment so aus, als ob es dann so im Laufe der Woche, Mittwoch, Donnerstag, dann wieder freundlicher wird. Und für das nächste Wochenende deutet sich einige goldene Oktobertage an. Das wäre ja mal wieder sehr schön. Ja und mit diesen doch etwas eher trüben Szenen verabschiede ich mich und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. bis dann aus, xlak. Ja. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.